moin leute erst mal euch allen frohes neues jahr ja hier und maschinen da hier hat ein vorführer von uns hat er gesagt krone und prima so ein schönes dinge auch mal guck mal hinten auch im hinterhof ob da irgendwie unsere jetzt im 55 steht dieser schön mit wirts und kraftheber heute reifen hat uns drauf geschraubt können wir mal loslegen also schon warten ist noch nicht lang genug jetzt wollen wir uns den vier führer mal schnappen oh das gespannt was kann sie doch sehen lassen aber müssen los zu unseren heufeldern die werkstatt leute haben wir da alles zu dicht gemacht hier eine lüftung reinlassen hier so schön frühlingsmitte hier fahren wir mal zuerst neu wie sehen wir ein paar ballen pressen ich hoffe ihr seid alle gut in neue jahre reingerutscht und ja schreibt gerne meine kommentare rein wie ihr ins jahr 2018 reingekommen ist bei mir war es ganz normal bisschen geknallt zu den nachbarn rüber halb so ganz normale sachen ne schön dass der müller und so schön vorführer vorstellt schauen wir mal wann unser dritter trecker ankommen aber solange müssen wir mit unseren beiden iac klarkommen so hier haben wir doch die wiese man geht die lucia wollen wir nicht so ganz ruhig jetzt fahren wir mal mit 16 16 16 kammer 16 kammer ist eine gute geschwindigkeit schön natürliche landschaft hier haben wir ein paar eue ballen oder fängt schon an zu bieten da haben wir den ersten wunderschönen ballen und voll zurück so schön 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 so Tür zu, Klappe zu, ab geht's wieder ich habe mir gedacht ich mache für euch so ne neujahr anfangs folge ein bisschen außerhalb des uploads plan hoffe es gefällt euch würd mich über den daumen nach oben immer freut ich mich immer über nette kommentare auch weil ich gucke dass ich hier nicht die ballen irgendwie im bach versemmel das wäre nicht so cool weil wir die ballen brauchen mal langsam vor einbarm frei so jetzt jetzt oi ist das schön ja mal ein bisschen noch mit licht fahren ist auch noch nicht noch relativ früh ich bin die ganze Zeit ohne licht gefahren aber es geht schon eigentlich hätten wir noch am hoch vorbei gemüsst und das dreieck vorne dran machen aber es geht auch ohne so jetzt kommt hier eine kniftige stelle wo ein ballen rauskommt so hier räumen wir uncool ballen bitte stehen da im ballen bitte, 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 bitte bleib stehen jetzt komm das ist gut das ist super ach man erste fail pick up nicht runter gemacht man 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 naja passiert 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 dann machen wir mal ein bisschen weiter hier mit pressi pressi für unsere anschaffung ich hoffe euch gefällt das so mit den ablaufplan und ich freue mich über jeden kommentar und ihr wenn ihr gegrüßt werden wollt schreibt es einfach in den kommentar rein dann grüße ich euch in der nächsten folge dann wenn ja noch ein paar folgen hier sein das ist jetzt die dritte folge wenn auch ein paar folgen kommen ja so der führer macht sich hier gut die presse also ich einmal verstopft besetzt aber kann ja noch alles passieren 2018 habe ich relativ viel geplant auch außer real life würde ich mich freuen wenn ihr da mal ein feedback in den kommentaren da lassen wird und nicht erschrecken dass am ersten jetzt eine kommen das ist nur für 2018 für neujahr und ihr werdet dienstag dann direkt schon eine nächste folge von mir zu sehen kriegen und dann wieder freitag so dann dann kehrt halt der normale ablaufplan wieder ein ne meine lieben zuschauer da muss ich gucken dass ich dieses jahr das alles irgendwie unter einen hut kriege das hier da schreibt es meine kommentare oder ich mache eine abstimmung mal rein ob we live videos euch interessieren würden also landwirtschaft forstwirtschaft technisch das ist eigentlich nicht mäßig aber schauen wir mal ne so 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 ne kann das gehen da war die presse voll mal ein bisschen schräg raus nicht da sonst rollt das pick-up runter nicht wie bei ihm wenn ihr euch nicht in den zaun fahren der schöne ihac kam doch erst aus der restauratoren und wartung das kann nicht so toll b 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 Vielen Dank. Ich denke der Heuertrag will ganz gut hier auf der Karte und was habe ich mal wieder vergessen, die Musik. Dann nehmen wir hier eben noch die Fitzel weg, zack, schon haben wir die letzte Bahn hier, ganz ruhig, ist ja nur ein Vorführer, müssen wir vorsichtig umgehen mit der Presse. So, das ist natürlich ganz schön. So, das erste Feldgeschäft. Kommen wir mal zum nächsten auf. So. Oh, optionisten, neue Visa. So. 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 Gucken wir mal, ne? Komm mal zur nächsten Wiese, schauen wir mal wie das läuft. Und ein Danke geht an den Luca. Ruße gehen erstmal bei dir schön raus, für deine netten Kommentare immer. So, der erste Bein ist eh nicht weit weg. So, geht das dann weiter, ne, ne? Bisschen pressi-pressi mal. So, geht das dann weiter. So, geht das dann weiter. So, geht das dann weiter. Und das Jahr 2017 lief bei mir ganz gut. Ja. Gucken wir mal, wie wir nicht beklagen. Die Träger waren gut. Ja. Oh, wir kommen mit dem Metz, äh, Metz rollen die noch aus. Für elf Bein reicht's noch. Aber eigentlich sollte es reichen. Die größte Wiese ist weg. Versuche auf jeden Fall. So, geht das dann weiter. Ach, bin ich froh, dass wir jetzt unseren großen IAC wieder haben. Wir werden ja auch bald mal unseren ersten Garage-Schnitt reinholen, aber erstmal müssen wir hier ja hohe fertig machen. Ja. 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 Entschuldigung Leute. Ja. Ja. Espresse hier noch schön gemütlich. Der Bein rollt immer noch fröhlich vor, ah ne jetzt ist er stehen geblieben. Ja. Ja. Entschuldigung für das kleine Standbeet, aber ich habe einen Scream Shot gemacht. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen zügiger fahren, das kann die Presse bestimmt ab. Besser sind genug drinnen auf jeden Fall, der ist schön trocken, da geht das mal, so einer kommt noch, ein lieber Ballen, der kommt noch, ach ist das herrlich. So, auf zu der letzten Wiese, kommt nix. So, dann schauen wir mal, ob die sieben Beine können wir noch pressen, schauen wir mal. So. 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 reichen gucken wir in unser dritter schlepper ankommen auch an einer super stelle fangen wir auf jeden fall so ist besser dann reut er uns doch nicht hier den abhang runter das wäre nicht so toll wir brauchen ja das ruhig so Alter, der Bein ist gerollt, aber ist dann doch stehen geblieben. Ah, ob die drei Beine noch, äh, drei Beine kommen. Können wir noch machen, ob das reicht. Gucken wir mal, äh, oh nein, der rollt euch bestimmt durch. Ach, das Loch, Zaunloch flicken wir dann auch noch. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.